Also gehen wir es an, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur dritten Vorlesung. Wir waren bei der Behandlung der Krisen in Osteuropa vor dem Ersten Weltkrieg und hatten letztes Mal die Balkankrise von 1875 bis 1878 und die bulgarische Krise von 1885 bis 1888 hinter uns gebracht. Und heute kommen wir jetzt endgültig und endlich ins 20. Jahrhundert und zum russisch-japanischen Krieg, sollten aber vorher noch einen kurzen Blick auf die Entwicklung bei den Großmächten werfen. Ich hatte schon gesagt, dass in den 1880er Jahren das Bündnis zwischen Deutschland, Österreich, Ungarn und Russland zerfiel. Durch die Konkurrenz zwischen Russland und Österreich auf dem Balkan. Deswegen sah sich jetzt Russland nach neuen Bündnispartnern um und fand einen in Frankreich. 1893 schlossen Russland und Frankreich eine Defensivallianz ab. Das heißt, man würde sich gegenseitig militärisch zu Hilfe kommen, wenn eine der beiden Seiten von einer dritten Macht angegriffen würde. Dabei war vor allem an Deutschland gedacht. Das war deshalb ziemlich unangenehm für Deutschland und auch für seinen Bündnispartner Österreich-Ungarn. Man hatte bis dahin gedacht, dass ein französisch-russisches Bündnis eigentlich ausgeschlossen sei, wegen der entgegengesetzten politischen Systeme in den beiden Ländern. Frankreich war ja eine demokratische Republik von den fünf Großmächten die einzige, die keinen Monarchen hatten. Und Russland war eine Monarchie mit ziemlich großer Macht des Zaren. Deswegen wird es auch oft die Autokratie genannt, die russische. Aber man sieht hier, dass ideologische Gegensätze zwischen Staaten in dieser Zeit kaum eine Rolle spielten. Wir kommen ja noch aus der Erfahrung des Kalten Krieges, aus einer bipolaren Welt, in der ein großer Teil der Welt in Anhänger von Amerikanern und Russen aufgeteilt war. Oder von Kapitalisten und Kommunisten. Und der Kern dieses Gegensatzes war ein ideologischer. Wenn man in den Ländern war, konnte man sofort sehen, ob sie kapitalistisch oder kommunistisch waren. Das war unausweichlich im Straßenbild zu erkennen. Das war vor dem Ersten Weltkrieg anders. Da dachte man in den Kategorien von Nationen, von denen jede Einzelne so viel Macht wie möglich haben wollte und sich dabei mit jedem Verbündete, der ihr zur Erreichung dieses Ziels helfen konnte. Das war auch ein Grund, weswegen die Bündnissysteme so instabil waren, weil sich die Interessenlage der Großmächte schnell ändern konnte. Wir hatten beim letzten Mal die Fälle, wo die Verbündeten im Ersten Weltkrieg im 19. Jahrhundert noch gegeneinander Krieg führten. Im Krimkrieg, England und Frankreich gegen Russland. Oder sich mit Krieg drohten, wie England gegenüber Russland in der Balkankrise. Da waren England und Österreich-Ungarn noch Verbündete gegen Russland. Um das Jahr 1900 kippte nun dieses alte Bündnissystem. Erst verbündete sich vorher schon Frankreich mit Russland und damit drohte Deutschland die Perspektive eines Zwei-Fronten-Kriegs. Aber es kam noch schlimmer. 1904 verbündete sich Frankreich auch noch mit England. Das war auch bislang kaum für möglich gehalten worden. England und Frankreich waren die großen Kolonialmächte in Europa, ihre Kolonien lagen vor allem in Afrika. Und dort hatten sie bis kurz vorher massive Interessengegensätze gehabt. England hatte versucht, sich Deutschland anzunähern. Aber das scheiterte letztlich daran, dass Kaiser Wilhelm seine Flottenrüstung nicht einstellen wollte. Dadurch fühlten sich die Engländer in ihrer Herrschaft auf den Weltmeeren bedroht und einigten sich schließlich stattdessen mit den Franzosen auf einen Interessenausgleich in Afrika. Das führte 1904 zur berühmten Entente Cordiale. Ich sehe gerade, das war eine Folie, die hätte ich früher schon bringen sollen. Die bezieht sich auf das französisch-russische Militärbündnis. Jetzt kommen wir zur Entente Cordiale. Das war eigentlich kein Militärbündnis. In dem die beiden sich militärische Hilfe für bestimmte Fälle definitiv zugesichert hätten, sondern nur die Regelung der Einflussgebiete in Afrika. Aber das räumte eben die Hauptkonfliktpunkte zwischen England und Frankreich aus und es schuf ein herzliches Einvernehmen zwischen den beiden. Eben eine Entente Cordiale. Und das machte den Weg frei zu einer politischen und militärischen Zusammenarbeit, die sich vor allem gegen Deutschland richtete. Aber es gab immer noch den englisch-russischen Gegensatz. England war nämlich mit Japan verbündet und das wirkte sich auch aus im russisch-japanischen Krieg. Zu dem kommen wir jetzt. Der begann auch noch im selben Jahr 1904. Japan war ja seit einiger Zeit auch auf dem Weg zur Großmacht. Japan hatte sich lange isoliert, seit dem 17. Jahrhundert, sich aber in der Mitte des 19. Jahrhunderts gegenüber dem Westen geöffnet, zunächst mehr zwangsweise, und dann mit großem Schwung einen Prozess der Industrialisierung begonnen. Dadurch wuchsen auch die japanische Militärmacht und der japanische Expansionsdrang. Der richtete sich zunächst auf Korea und China und da kamen die Japaner bereits in Konflikt mit den Russen. Russland war ja im 19. Jahrhundert auch nach Osten expandiert. Hier sehen wir eine japanische Propagandadarstellung, die das Motiv der russischen Krake aufnimmt, das wir letztes Mal schon hatten. Nur greift diese Krake nicht mehr nur nach Osteuropa und Zentralasien aus, sondern jetzt auch nach Ostasien, Tibet, China und Korea. Die Russen hatten gerade mit großem Aufwand die Transsibirische Eisenbahn gebaut. Hier haben wir eine deutschsprachige Karte von 1897. Da sieht man, dass der Weg zum Pazifik erst mal noch durch China führt. Durch ein Gebiet in Nordostchina mit Namen Manchurei. Das hatten die Chinesen den Russen erlaubt, weil die Russen ihnen im Gegenzug Hilfe im Kampf gegen die Japaner versprochen hatten. Und um sich gegen die Japaner zu sichern, verpachteten die Chinesen den Russen sogar noch einen Hafen in China. Das war Port Arthur. Das liegt am gelben Meer an der Spitze der Halbinsel Liaodong. Und Sie sehen hier, die Transsibirische Eisenbahn hat einen Abzweig in Harbin in der Manchurei. Von da führt eine Strecke nach Osten, nach Wladivostok und eine andere nach Süden, nach Port Arthur. Die Russen haben in Port Arthur einen eisfreien Hafen für ihre Pazifikflotte gebaut. Und das war den Japanern ein Dorn im Auge. Deswegen griff am 8. Februar 1904 die japanische Flotte, die russische Flotte in Port Arthur an. Das war der Beginn des russisch-japanischen Kriegs. Auch wenn die Schäden nicht so groß waren, wie dieses japanische Bild suggeriert. Die russische Pazifikflotte wurde doch außer Gefecht gesetzt, sodass die Japaner ohne Probleme Truppen auf dem chinesischen Festland landen konnten. und mit denen die russischen Truppen in Ostasien angriffen. Die Russen wurden mehrmals in Landschlachten besiegt und die Japaner begannen Port Arthur zu belagern. Nun war die russische Pazifikflotte beschädigt oder in den Häfen eingeschlossen und deswegen entschloss sich die russische Führung ihre Flotte aus der Ostsee nach Ostasien zu beordern. Die musste also um ganz Afrika herumfahren, was natürlich einige Zeit dauerte und als sie endlich auf dem Kriegsschauplatz ankamen, wurden sie von den Japanern in der Seeschlacht von Tsushima vernichtend geschlagen. Das war die Entscheidung im Krieg und im anschließenden Friedensvertrag musste Russland sich aus China völlig zurückziehen. Es behielt als Pazifikhafen immerhin noch Wladivostok. deshalb war das ein relativ milder Frieden gemessen am Ausgang des Kriegs. Aber natürlich war das Ganze zunächst einmal eine Riesenblamage für Russland, dass ein europäisches Land gegen ein außereuropäisches Land mit Pauken und Trompeten verloren hatte. Russland verlor dadurch erheblich an Prestige unter den europäischen Großmächten und das war damals noch schlimmer als heute. Und es bedeutete auch eine große Schwächung Russlands, nicht nur militärisch, sondern auch im Inneren. Die Regierung des Zaren büßte viel an Ansehen ein und die wirtschaftliche Lage hatte sich durch den Krieg auch deutlich verschlechtert. Breiten Schichten des Volkes war es vorher schon schlecht gegangen und dadurch hatte sich ein revolutionäres Potenzial aufgebaut, das sich nun entlud. Im Januar 1905 demonstrierten in Petersburg 150.000 Arbeiter und wurden vor dem Zarenpalast von der Armee beschossen. Es gab etwa 130 Tote und 1000 Verletzte, das war der berühmte Petersburger Blutsonntag. Aber das führte dann erst recht zu einem Aufstand. Die Kämpfe zogen sich durch das ganze Jahr 1905 und schließlich erließ der Zar im Oktober ein Manifest, deswegen heißt es Oktober Manifest, in dem er Reformen im Land einführte. Es wurden Bürgerrechte für alle Einwohner des Landes garantiert und es wurde ein Parlament eingeführt mit Namen Duma. Später versuchte der Zar dann diese Reformen wieder zurückzudrehen, weil er die eigentlich ja nicht gewollt hatte, was ihm auch teilweise gelang, aber das Ganze schwächte seine Position in Russland und das sollte sich im Ersten Weltkrieg auswirken. Es hat dann letztlich zu den nächsten Revolutionen von 1917 geführt, bei denen der Zarismus endgültig gestürzt wurde. Außerdem griff 1905 die revolutionäre Bewegung auf den russischen Teil von Polen über. Da war es ja sonst die ganze Zeit ruhig vor dem Ersten Weltkrieg. Der letzte polnische Aufstand war 1863 gewesen und der war von den Russen ziemlich leicht niedergeschlagen worden. Daraufhin hatten viele in Polen gesagt, wir müssen aufhören mit diesen Aufständen. Das bringt nichts, die Russen sind dann immer stärker. Wir müssen versuchen, unsere Zivilgesellschaft zu stärken. Wir müssen den Russen zivilisatorisch überlegen werden. Dann müssen die uns irgendwann Zugeständnisse machen. Das war in Polen die sogenannte organische Arbeit, wie das genannt wurde. Dann gab es aber 1905 in Polen doch diesen neuen Aufstand. Allerdings hatte der jetzt eine stärker soziale Schlagseite. Es demonstrierten vor allem die Arbeiter. Es gab ausgedehnte Streiks, vor allem in der und das gefiel den konservativen Kräften in Polen nicht so. Den besitzenden Schichten und der Kirche. Der künftige polnische Staatschef Piusudski, von dem wir noch einiges hören werden, der war damals noch ein Sozialist, reiste sogar nach Tokio, um eine Zusammenarbeit mit den Japanern zu vereinbaren. Aber sein bürgerlicher Gegenspieler Roman Mowski reiste ihm nach und redete den Japanern das aus, weil die Polen zu schwach wären, um wirklich was gegen die Russen auszurichten. Das würde nichts bringen. Aber es gab in Polen auch patriotische Kundgebungen. Das sehen Sie hier. Die Arbeiterunruhen wurden dann zwar von den Russen mit Gewalt unterdrückt, aber sie machten auch ein paar Zugeständnisse. Die polnische Sprache durfte in den Schulen und anderswo wieder stärker verwendet werden. Also diese Unruhen in Polen machten damals der internationalen Öffentlichkeit klar, dass die polnische Nationalbewegung noch existierte, dass die polnische Frage keineswegs endgültig gelöst war und dass sie in einem künftigen Krieg zwischen den Großmächten bestimmt wieder eine Rolle spielen würde. Und so kam es dann ja auch. Ja, mit den Großmächten müssen wir uns jetzt zunächst auch wieder beschäftigen, weil es danach dem russisch-japanischen Krieg eine wichtige Verschiebung gab. Russland war nach diesem Krieg also bedeutend geschwächt. Es konnte in Ostasien nicht mehr aktiv werden, aber auch kaum noch auf anderen Konfliktfeldern. Deshalb bemühte Russland sich nun um einen Ausgleich mit Großbritannien in Zentralasien. Wir hatten ja in der letzten Vorlesung schon von dem Great Game gesprochen, das da im 19. Jahrhundert zwischen England und Russland stattfand. 1907 kam es jetzt zu einem Vertrag, in dem England und Russland ihre Interessenssphären in Persien abgrenzten. Wir haben hier im Norden eine russische Zone, im Südosten eine englische Zone und in der Mitte eine neutrale Zone. Den Persern gefiel das gar nicht, aber das ist nicht unser Thema. Außerdem erkannte Russland damals an, dass Afghanistan wie ein englisches Protektorat zu behandeln sei, dass Russland davon die Finger lassen musste. Es hatte sich England 1904 mit Frankreich über die Aufteilung der Interessenssphären in Afrika geeinigt. Das hatte zur Bildung der Entente Cordial geführt und nun einigte sich England 1907 auch mit Russland über die Aufteilung der Sphären in Asien. Russland war ja schon seit längerem mit Frankreich verbündet und das schuf nun die Voraussetzung um ein Dreierbündnis zu schaffen die sogenannte Triple Entente. Hier haben wir eine Versinnbildlichung davon dass Bündnisse gern mit Bildern von Frauen dargestellt wurden das hatten wir ja letztes Mal schon hier in Form klar erkennbar von antiken Göttinnen Russland in der Mitte als Hera England rechts als Palas Athene und Frankreich links natürlich als Aphrodite wie beim Urteil des Pares Sie sehen England trägt einen Anker der seine Seemacht symbolisiert hinter den Figuren sieht man Kriegsgetümmel und oben drüber in der Luft die neuesten Waffen Flugzeuge und Zeppeline damit war in Europa die Bündniskonstellation entstanden wie sie im Ersten Weltkrieg sein sollte es gab die Triple Entente mit England Frankreich und Russland und es gab den Dreibund mit Deutschland Österreich Ungarn und Italien wobei damals schon die bündnistreue Italiens zweifelhaft war Italien hatte sich dem Zweibund von Deutschland und Österreich 1882 angeschlossen und zwar weil es Konflikte mit Frankreich um Kolonien in Afrika hatte das ging noch zurück auf den Berliner Kongress von 1878 da hatten die Osmanen den Engländern die Verwaltung der Insel Zypern erlaubt sieht man hier auch auf der Karte als Gegenleistung weil die Engländer das Osmanische Reich vor den Russen gerettet hatten dann wollten die Franzosen aber auch was haben also die berühmte Kompensation und da erklärten sich die Engländer damit einverstanden dass Frankreich Tunesien besetzen dürfe das tat Frankreich auch 1881 aber da begann so die Zeit als die Italiener nun auch Kolonien haben wollten und zwar vor allem in Nordafrika weil das Jahr Italien gegenüber auf der Südseite des Mittelmeers lag deswegen waren die Italiener beleidigt und traten dem Zweibund bei und machten ihn so zum Dreibund und blieben offiziell in ihm bis 1915 man kann jetzt die Bildung der Triple Entente auch so interpretieren dass sich da die Mächte die schon große und viele Kolonien hatten zusammenschlossen gegen die die noch keine oder kaum Kolonien hatten und nach Meinung derjenigen die schon welche hatten auch keine kriegen sollten aber für Italien trat diese Nordafrika Frage dann im Laufe der Jahre in den Hintergrund und stattdessen trat in den Vordergrund der Konflikt von Italien mit Österreich wegen der italienischen Erredenta wenn Sie sich von der letzten Vorlesung noch an diese Folie erinnern Italien wurde 1860 bis 1870 zu einem Nationalstaat aber es gab noch Gebiete außerhalb von Italien in denen auch Leute lebten die italienisch sprachen die lagen teilweise in der Schweiz und in Frankreich aber vor allem lagen sie in Österreich Ungarn in Südtirol und in Trentino und in Istrien und Dalmatien auf der anderen Adria Seite diese Gebiete bekamen nun in Italien den Namen L'Italia Iredenta also das unerlöste Italien und es entwickelten sich Bestrebungen diese Gebiete von Fremdherrschaft zu erlösen also in Italien einzugliedern dieser Begriff Iredenta hat sich dann in Europa verbreitet und wurde auch auf andere Fälle angewandt wo Nationalstaaten Ansprüche auf weitere Gebiete stellten wo auch Angehörige ihrer Nationalität wohnten Der italienische Fall brachte natürlich Konflikte mit Österreich Ungarn und damit auch die Befürchtung dass Italien womöglich im Ernstfall nicht zu seinem Bündnis im Dreibund stehen würde Das trug dazu bei bei den verbliebenen zwei Mächten Angst auszulösen Es gab ja klassisch fünf europäische Großmächte also eine ungerade Zahl und wenn die Bündnisse miteinander schlossen konnten sie sich zahlenmäßig nie die Waage gehalten und jetzt war eine Konstellation entstanden dass Deutschland und Österreich Ungarn zu zweit gegen drei andere stammen außerdem war Österreich Ungarn mittlerweile auch eine ziemlich schwache Großmacht so dass vor allem die Deutschen fürchteten sie würden in einem Krieg fast allein gegen drei andere Großmächte stehen außerdem lagen diese Entente Mächte auf beiden Seiten der drei Bund Mächte im Westen England und Frankreich im Osten Russland deswegen bekamen Deutschland und Österreich im ersten Weltkrieg den Namen die Mittelmächte und deswegen entwickelte sich nun in Deutschland die sogenannte Einkreisungstheorie dass also Deutschland von feindlichen Mächten eingekreist sei die ihm schaden oder es vernichten wollten die deutsche Diplomatie hat versucht Großmächte aus der Triple Entente herauszubrechen und zu sich hinüber zu ziehen Russland noch und vor allem England aber das gelang nicht und das verstärkte natürlich diese Einkreisungsangst sie verbreitete sich in Deutschland und bestimmte nun zumindest teilweise das Handeln der Politik und der Militärs und durch die Ereignisse vor und vor während und nach dem Ersten Weltkrieg wie man das hier auf der Karte sieht konnte man sich dadurch noch weiter bestätigt fühlen in dieser Vorstellung von der Einkreisung seit 1907 standen sich nun also diese beiden Bündnisblöcke gegenüber und es herrschte allgemein die Furcht dass irgendeine neue internationale Krise zu einem großen Krieg zwischen diesen Blöcken führen könnte das geschah aber bei den nächsten Krisen erst mal noch nicht zum Beispiel auch nicht bei der bosnischen Annexionskrise 1908 Sie erinnern sich vom letzten Mal noch an diese Karte und daran, dass beim Berliner Kongress 1878 Österreich die Verwaltung von Bosnien-Herzegowina übertragen worden war als Ausgleich für die russischen Gewinne auf dem Balkan obwohl Bosnien offiziell Teil des Osmanischen Reichs blieb das war zu diesem Zeitpunkt 1908, jetzt schon seit 30 Jahren so aber im Juli 1908 gab es einen Umsturz im Osmanischen Reich da hatten sich aufgrund der erkennbaren Schwäche des Reichs inzwischen Reformkräfte gebildet die sogenannten Jungtürken die machten 1908 einen Aufstand und zwangen den Sultan die Verfassung von 1878 wieder in Kraft zu setzen die hatte der Sultan damals nämlich ziemlich schnell außer Kraft gesetzt es trat nun also wieder ein Parlament es trat nun also wieder ein Parlament zusammen und es wurde verkündet, dass es Reformen geben werde und dass vor allem alle Bürger des Reiches gleich sein sollten das löste erstmal Euphorie bei den verschiedenen Völkern des Reichs aus aber das ließ nun andere Staaten befürchten dass das Osmanische Reich wieder stärker werden könnte und so gab es mehrere Aktionen, um dem zuvor zu kommen im September trafen sich der österreichische und der russische Außenminister in einem Schloss in Böhmen und trafen eine Absprache in Bezug auf den Balkan und zwar einigten sie sich darauf, dass Österreich Bosnien-Herzegowina annektieren könnte also der Donau-Monarchie regelrecht einverleiben und dafür würde Österreich Russland dabei unterstützen an den türkischen Meerengen Sie erinnern sich vom letzten Mal eine erleichterte Durchfahrt für seine Schiffe zu bekommen deswegen verkündete am 4. Oktober der Kaiser Franz Josef dass er nun auch erblicher Herrscher von Bosnien-Herzegowina wäre und dass ab dort jetzt die österreichische Verfassung gelten würde das war also praktisch der Vollzug der Annexion aber das gab nun plötzlich doch Ärger erstmal natürlich mit dem Türken weil über deren Köpfe entschieden worden war hier haben wir eine französische Karikatur dazu da sehen wir gleich auch noch eine zweite Aktion die damals stattfand Sie kennen vom letzten Mal noch diesen Herrn den Fürsten Ferdinand von Bulgarien der verkündete einen Tag nach der Erklärung von Franz Josef die Unabhängigkeit von Bulgarien das gehörte ja offiziell bis dahin immer noch zum Osmanischen Reich und er proklamierte sich selbst zum Zaren Ferdinand dem ersten von Bulgarien also Bulgarien wurde nun ein Zarenreich und diesen Herrn gab es eigentlich nicht mehr aber zurück zur bosnischen Annexionskrise als die Annexion bekannt gegeben wurde gab es einen Aufschrei in der russischen Öffentlichkeit nach der Niederlage im russisch-japanischen Krieg und nach der Einigung mit England in Persien war der Balkan jetzt die einzige Gegend wo Russland noch expandieren und seinen Großmachtstatus beweisen konnte und in Russland meldeten sich nun die Pan-Slawisten die nicht wollten dass noch mehr Slaven unter die Herrschaft von Deutschen gerieten in Bosnien lebten ja viele Serben und der Staat Serbien den es ja schon gab forderte dass wenn schon dann Bosnien an Serbien angeschlossen werden müsste und die russischen Pan-Slawisten unterstützten das außerdem wurde doch nichts aus den erweiterten russischen Durchfahrtsrechten durch die Meereng wo die Österreicher ja Unterstützung zugesagt hatten weil England wieder Einspruch erhob und weil das schief gegangen war deshalb bestritt der russische Außenminister jetzt dass er der Annexion zugestimmt hätte das führte dazu dass Serbien und Russland ihre Truppen mobilisierten dass Österreich auch seine Truppen mobilisierte allerdings gegen Serbien also Russland mobilisierte dann weil es keine gemeinsame Grenze hatte gegen Österreich es bestand also akute Kriegsgefahr und die Krise wurde dann dadurch beigelegt dass zunächst Frankreich erklärte es sähe den Bündnisfall mit Russland als nicht gegeben an und würde Russland also nicht helfen dafür erklärte aber Deutschland den Russen es würde Österreich helfen wenn es von Russland angegriffen würde Österreich war jetzt praktisch Deutschlands einziger Verbündeter den man auf keinen Fall verlieren wollte und angesichts dieser deutschen Erklärung gab Russland tatsächlich nach und erkannte die Annexion von Bosnien an der Grund war auch der dass die russische Armee nach den schweren Verlusten im russisch-japanischen Krieg noch nicht wieder kriegsbereit war aber jedenfalls war diese ganze Krise eine große Demütigung für Russland und dort in Russland begann nun eine massive Wiederaufrüstung weil so etwas nicht noch einmal passieren sollte Österreich-Ungarn ist letztlich mit dieser Annexion auch gar nicht froh geworden erst mal stritten sich wieder die beiden Reichshälften zu wem der Bosnien nun kommen sollte und einigten sich schließlich wieder darauf dass es von Österreich und Ungarn gemeinsam verwaltet werden sollte Außerdem verschärfte die Annexion das Nationalitätenproblem in Österreich-Ungarn Zudem müssen wir nun endlich mal was sagen Viele von Ihnen werden wohl auch darauf warten Also Österreich-Ungarn war ja das Paradebeispiel eines Vielvölkerstaats Hier haben wir zunächst einmal eine Tabelle mit den Anteilen der einzelnen Nationalitäten Hier sind zehn aufgeführt Man könnte Kroaten und Serben auch getrennt rechnen Dann wären es elf Man könnte vielleicht auch die Juden dazu zählen die in großer Zahl in der Monarchie lebten aber es gab kein Gebiet wo die in der Mehrheit waren Deswegen sind die hier nicht verzeichnet Und Sie sehen die Deutschen hatten nur eine relative Mehrheit von 23% Es gab also in Österreich-Ungarn eigentlich kein Mehrheitsvolk sondern nur lauter nationale Minderheiten Und in Europa hatte sich in dieser Zeit das Bewusstsein verbreitet dass die Zukunft den Nationalstaaten gehört Deshalb sahen viele Österreich-Ungarn als ein Auslaufmodell an Und glaubten, dass der Staat sich über kurz oder lang auflösen würde Und das muss man sich klar machen Diejenigen, die dieser Meinung waren müssen sich dann natürlich die weitere Frage stellen Was dann aus den Gebieten von Österreich-Ungarn werden sollte Ob Ihr eigener Staat oder Ihre Nation bei der Neugestaltung dann eigene Interessen hätte Und ob Sie vielleicht jetzt schon diese Interessen verfolgen sollten Und ob das wieder bedeutet, dass Sie mehr oder weniger aktiv auf die Auflösung von Österreich-Ungarn hinarbeiteten Also es gab die Rede davon Nach dem Osmanischen Reich sei Österreich jetzt der nächste kranke Mann in Europa Mit dessen Ableben zu rechnen sei Tatsächlich hat die Donaumonarchie sich ja auch im Ersten Weltkrieg aufgelöst Zumindest an seinem Ende Und deswegen hat die Geschichtsschreibung diese Vorstellung Lange übernommen und die Geschichte Österreich-Ungarns Als einen ständigen Zerfallsprozess dargestellt Bei dem die einzelnen Nationalitäten Immer mehr nach Selbstständigkeit strebten Sodass der Untergang letztlich unausweichlich war Hier haben wir das praktisch in eine Karte umgesetzt Die einzelnen Nationalitäten Sind auf dem Territorium von Österreich-Ungarn zu sehen Und sind mit Pfeilen versehen, die nach außen zeigen So soll heißen, diese Nationalitäten strebten alle aus der Donaumonarchie heraus Das waren die zentrifugalen Kräfte Es fehlen dabei nur die Österreicher und die Ungarn Aber in dieser Hinsicht ist die Historiografie in letzter Zeit vorsichtiger geworden Nicht nur deshalb, weil Österreich-Ungarn wegen seines Multikulti-Charakters Sympathien gewonnen hat Und bei vielen auch schon immer hatte Sondern auch weil die Sympathien für Nationalstaaten mittlerweile wieder zurückgegangen sind Gerade der Nationalismus hat ja im 20. Jahrhundert für die größten Gewalttaten gesorgt Nach der Auflösung von Österreich-Ungarn wurde es in Osteuropa keineswegs friedlicher Eher im Gegenteil Davon werden wir hier noch zu sprechen haben Friedlicher wurde es in Europa eigentlich erst durch den europäischen Einigungsprozess Im Nachhinein kann man sagen Österreich-Ungarn war vielleicht ein Vorgänger der EU Politisch funktionierte der Staat zwar in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg tatsächlich immer schlechter Aber das hatte wenig Auswirkungen auf das Leben der Bürger Den Leuten ging es meistens gut und immer besser Durch den freien Handel im ganzen Land gab es einen Wirtschaftsaufschwung Während sich nach dem Ersten Weltkrieg die neuen Nationalstaaten wirtschaftlich gegeneinander abschotteten Also es gab auch durchaus Gründe für die Einwohner von Österreich-Ungarn zusammen zu bleiben Und wenn der Attentäter von Sarajevo vielleicht daneben geschossen hätte Dann hätten die im Lauf der Zeit eine größere Rolle spielen können Jetzt nur mal so als Überlegung Und nun zurück zu den Fakten Hier haben wir die Karte mit der Verteilung dieser Nationalitäten Sie müssen sich das nicht alles gleich merken Auf viele Sachen kommen wir später noch Die Farben bedeuten auch immer nur die jeweils in einem Gebiet überwiegende Nationalität Und das wird gleich deutlich im Süden, wo Bosnien-Herzegowina steht Da hatte ich ja letztes Mal schon gesagt 43% orthodoxe Serben, 18% katholische Kroaten Und 39% Muslime im Jahr 1878 Und diese orthodoxen Serben wurden nun für Österreich zum Problem Weil sie für den bestehenden Staat Serbien Davon haben wir letztes Mal gesprochen Eine Art von Iredenta darstellten Das serbische Fürstentum war ja 1878 nach dem Berliner Kongress unabhängig geworden Und hatte sich 1882 in ein Königreich umgewandelt Der König war von 1889 Bis 1903 Dieser Mann, Alexander Obrenowitsch Der machte sich aber zusehends unbeliebt Vor allem bei seiner Armee Wir sehen ihn hier mit seiner Frau Draga Die galt als Skandal umwittert Und hatte dann außerdem mit Alexander keine Kinder Sodass der König auf die Idee kam Ihren Bruder zu seinem Nachfolger zu bestimmen Was dann manche aus den Eliten ziemlich störte Außerdem regierte Alexander ziemlich autokratisch Und galt auch noch als österreichfreundlich Und das gefiel vielen Serben überhaupt nicht In Serbien verstärkte sich nämlich zu dieser Zeit Der serbische Nationalismus Das bedeutete vor allem Dass Serbien expandieren wollte Es sollten alle Gebiete zu Serbien gehören Wo Serben lebten Auch wenn sie da in der Minderheit waren Dabei wurden oft auch die Kroaten als Serben betrachtet Die hatten ja dieselbe Sprache wie die Serben Sie wird nur in Kroatien mit lateinischen Buchstaben geschrieben Und in Serbien mit kyrillischen Die Kroaten waren halt nur nicht orthodox Sondern katholisch Das ist auch der wesentliche Grund Für den Unterschied bei der Schreibweise In Serbien herrschte aber die Vorstellung Dass die eigentliche slawische Religion Die Orthodoxie ist Und dass deswegen Kroaten so etwas wie unvollkommene Serben sind Die deswegen auch zum serbischen Staat gehören müssten Trotzdem entwickelten die Kroaten in dieser Zeit Sympathien für die Serben Weil sie nämlich von den Ungarn unterdrückt wurden Kroatien, die kroatischen Gebiete gehörten ja zur ungarischen Reichshälfte Im 19. Jahrhundert hatte sich der sogenannte Illyrismus entwickelt So genannt Weil die östliche Adria-Küste in antiker Zeit die römische Provinz Illyrien bildete Also man ging gerne auf antike Namen zurück Zumal wenn man keine neue hatte für sich Der Illyrismus strebte eine Vereinigung aller Südslaven an Allerdings der Südslaven in der Habsburger Monarchie Und da waren die Kroaten in der Mehrheit Als sich dann auch Südslaven von der Herrschaft der Türken zu befreien begann Ging die Führungsrolle auf die Serben über Die ja schon einen eigenen Staat hatten Und das hieß dann Jugoslawismus Jugo bedeutet eigentlich nur Süden Also die Ideologie von den Südslaven Und jetzt ging es auch stärker um eine Vereinigung der Südslaven in einem gemeinsamen Staat Und der Kern dieses Staates sollte natürlich Serbien sein Die serbischen Nationalisten stellten also den Anspruch Dass auch die südslawischen Gebiete in der Habsburger Monarchie zu Serbien gehören müssten Das wurde von den Österreichern natürlich als Bedrohung empfunden Wenn die Südslaven sich von der Monarchie abspalten Dann ermutigen sie damit vielleicht auch andere Nationalitäten das gleiche zu tun Österreich hatte ja nach dem Berliner Kongress Erst als die Schutzmacht von Serbien gegolten Aber nun entstand langsam ein Gegensatz zwischen Österreich und Serbien Und das kam auch darin zum Ausdruck Dass der österreichfreundliche serbische König Alexander Im Jahr 1903 von serbischen Offizieren ermordet wurde Mitsamt seiner Frau, deren Brüdern Dem Ministerpräsidenten und dem Kriegsminister und noch ein paar anderen Das bestätigte in Westeuropa mal wieder sämtliche Vorurteile über den Balkan Über die rauen Sitten, die da herrschen Mit diesem Königsmord beginnt übrigens das Buch Die Schlafwandler von Christopher Clarke Die serbische Nationalversammlung proklamierte daraufhin einen neuen König Peter I. Karadzorjevic Den kann man sich durchaus merken Denn er war auch der serbische König im Ersten Weltkrieg Und auch danach noch Denn er wurde noch der erste König von Jugoslawien Wenn Sie sich an die erste Vorlesung erinnern Dann war da ja von den zwei serbischen Aufständen gegen die Türken am Anfang des 19. Jahrhunderts die Rede Und die hatten zwei verschiedene Anführer Der erste war ein Karadzorjevic Hier nur anders geschrieben Und der zweite war ein Obrenovic Und die begründeten dann jeweils eine serbische Fürsten- bzw. Königsdynastie 1842 wurde der dritte Obrenovic abgesetzt Und wieder ein Karadzorjevic zum König gemacht Der wurde 1858 abgesetzt Und es kam wieder ein Obrenovic Also die Serben hatten praktisch Zwei Königsdynastien, Fürstendynastien zur Verfügung Zwischen denen sie auswählen konnten Wenn man es so ausdrücken will Und da lag es nahe, dass man 1903, als man erneut die Obrenovic verjagte Wieder einen Karadzorjevic nahm Der lebte zu dieser Zeit im Exil in Genf Er hatte nach der Machtübernahme der Obrenovic Serbien verlassen müssen und die Familie Er hatte in Paris studiert War in die französische Fremdenlegion eingetreten Er hatte 1870 am deutsch-französischen Krieg teilgenommen Und war dabei in deutsche Kriegsgefangenschaft geraten Und aus der dann erfolgreich geflüchtet Dann ging er wieder auf den Balkan Und kämpfte 1875 im bosnischen Aufstand Als Freischärler gegen die Osmanen Da hat er bestimmt nicht geglaubt Dass er da nochmal König werden würde Außerdem hat er sich liberale Ansichten angeeignet Und führte dann auch als König in Serbien einige liberale Reformen ein Andererseits vollzog er nun aber eine Kehrtwendung in der Außenpolitik Er näherte Serbien an Russland und Frankreich an Und ging auf Konfrontationskurs mit Österreich Das führte erst mal 1906 zum sogenannten Schweinekrieg Das war ein Zollkrieg zwischen Österreich und Serbien Serbien war ein agrarisch geprägtes Land Und das Hauptausfuhrgut war Vieh Und der Hauptabnehmer war Österreich-Ungar Aber 1906 konnten sie sich über die Abnahmebedingungen nicht einigen Und da verhängte Österreich ein Embargo auf serbische Agrarprodukte Das brachte den Staat Serbien an den Rand des Ruins Aber letztlich haben sie es überstanden Serbien hat sich damals neue Abnehmer gesucht Hat neue Wirtschaftszweige aufgebaut Und nach zwei Jahren mussten die Österreicher das Embargo aufheben Das hat natürlich die Beziehung auch nicht verbessert 1908 kam dann die bosnische Annexionskrise Da mobilisierte der König das serbische Heer gegen Österreich Aber damals kam es ja noch nicht zum Krieg Dafür aber vier Jahre später Allerdings noch nicht gegen Österreich 1912 begannen nämlich die Balkankriege Und die haben wesentlich dazu beigetragen Dass der Balkan am Beginn des Ersten Weltkriegs Als Pulverfass Europas galt Ja Ich denke das ist jetzt ein guter Moment Einen kleinen Punkt zu machen Fünf Minuten Pause Und dann geht es weiter mit diesen Balkankriegen Und dann geht es weiter mit den manuten Zit Chen Und dann geht es wieder ins Wochenende 드� tem Wolfstag Geschenk ord offenses Geschenk sage von Vielen Dank. 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 ja einen neuen Staat Albanien. Von den Albanern war bisher noch überhaupt nicht die Rede. Hier habe ich nun mal eine Völkerkarte des Balkans, wie das damals hieß, sogar eine deutsche, aus einem Atlas von 1908. Sie sehen, da werden die Albaner noch Albanesen genannt. Also viel wusste man in Deutschland von denen nicht und sie nehmen ein ziemlich großes Gebiet ein. Albanisch ist keine slawische Sprache, sondern mit dem Griechischen verwandt. Die Albaner waren aber bisher in den Kämpfen gegen die Osmanen auf dem Balkan noch kaum in Erscheinung getreten und zwar hauptsächlich deswegen, weil die Mehrheit von ihnen unter der türkischen Herrschaft zum Islam konvertiert war. Deswegen bekamen sie gewisse Privilegien und unterstützten die türkische Herrschaft, jedenfalls deutlich mehr als die christlichen Balkanvölker. Eine albanische Nationalbewegung hatte sich erst spät im 19. Jahrhundert entwickelt und das vor allem in Auseinandersetzung mit den rebellierenden Balkankristen. Also nicht mit den Türken, weniger mit den Türken, sondern in Auseinandersetzung mit Serben, Bulgaren und Griechen. Es hatten Albaner protestiert, als 1878 nach dem Vertrag von San Stefano, albanische Gebiete zum neuen Bulgarien kommen sollten. Die Albaner wollten für sich eine autonome Provinz innerhalb des Osmanischen Reiches haben. Osmanisch blieben sie dann ja auch, aber Autonomie bekamen sie von den Türken nicht. Sie konzentrierten sich also erstmal auf kulturelle Grundlagenarbeit und schufen eine Schriftsprache mit lateinischer Schrift und gründeten Schulen. Dann schöpften sie wieder Hoffnung im Jahr 1908 bei der Jungtürkischen Revolution in Konstantinopel. Aber die gab nicht den Nationalitäten mehr Autonomie, wie viele gehofft hatten, sondern setzte auf Zentralisierung und türkischen Nationalismus. Und darauf brach 1910 auch ein albanischer Aufstand aus. Zunächst im Norden, wo die albanischen Katholiken wohnten, aber er breitete sich dann nach Süden aus. Aber 1912 begann dann der erste Balkankrieg und nun drangen die Serben und Montenegrine mit ihren Armeen in das albanische Siedlungsgebiet ein und wollten es unter sich aufteilen. Da unterstützen die Albaner natürlich wieder die Türken. Aber Sie sehen, beim Waffenstillstand wurde nur ein ganz kleines Gebiet von den Albanern kontrolliert. In diesem Gebiet wurde sogar schon im November 1912 ein unabhängiger Staat Albanien proklamiert. Hier habe ich ein Bild. Ich habe gerade noch festgestellt, dass es etwas geschummelt. Das ist in Wirklichkeit das einjährige Jubiläum dieser Proklamation ein Jahr später. Aber so kann man sich es vorstellen. Aber jedenfalls standen die Chancen dieses albanischen Staates erst mal ziemlich schlecht. Der hatte militärisch nichts zu bieten und da kann man sich vorstellen, dass es den Albanern wie ein Wunder vom Himmel vorkam, als plötzlich Österreich-Ungarn bei der Londoner Konferenz ebenfalls einen unabhängigen Staat Albanien forderte, weil es die Serben vom Meer fernhalten wollte und das auch durchsetzte. Man sieht hier, die Russen und Franzosen wollten den Albanern zunächst nur ein kleines Gebiet geben. Sie bekamen dann deutlich mehr. Allerdings musste erst eine internationale Flotte vor die Stadt Skoda im Norden von Albanien anrücken, bevor die Montenegriner die Räumten. Aber die Albaner bekamen auch bei Weitem nicht so viel, wie sie haben wollten und wie ihnen auch die Österreicher gern gegeben hätten. Wenn wir nochmal auf die Völkerkarte schauen, dann sehen wir, das albanische Gebiet reichte noch weiter, vor allem nach Norden und Westen. Und da gab es gemischte Siedlungsgebiete von Albanern und Serben und von Albanern und Makedonen. Das hat ja dann noch in den 1990er Jahren zum Kosovo-Krieg geführt und heute ist da die Bundeswehr stationiert, um den Frieden zu erhalten. Die Serben stießen in diesen Mischgebieten auf Widerstand und versuchten ihrerseits noch Gebiete in Nordalbanien für sich zu bekommen, die nach der Londoner Konferenz eigentlich zum albanischen Staat gehören sollten. Das hat dazu geführt, dass in dieser Region jetzt ein ständiger Kleinkrieg stattfand, der im Grunde bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs andauerte. Aber vor allem gab es jetzt nochmal einen großen Krieg. Die Mitglieder des antitürkischen Bündnisses hatten ja schon vorher unterschiedliche Interessen gehabt und sich nur vereinigt, weil sich die Chance bot, gemeinsam die Türken vom Balkan zu vertreiben. Und kaum war dieser Krieg erfolgreich beendet, zerstritten sie sich über die Beute. Der Hauptstreitpunkt war wieder Makedonien. Da hatte es zwar vor dem Krieg die Vereinbarung zwischen Serbien und Bulgarien gegeben, aber viele in Serbien waren damit nicht einverstanden gewesen. Und nachdem nun die Serben und Griechen im Krieg große Gebiete in Makedonien besetzt hatten, die nach der Vereinbarung eigentlich an Bulgarien fallen sollten, forderte Serbien schon im Februar 1913 eine Revision der Vereinbarung. Dazu kam noch die Frustration über den Verlust von Albanien. Da fühlten sich die Serben in gewisser Weise um die Früchte ihres Sieges betrogen. Und so verbündete sich Serbien dann im Juni 1913 mit den Griechen, die auch mehr Gebiete in Makedonien haben wollten. Die Bulgaren wiesen das zurück und vertrauten auf die Vermittlung der Russen, die ja in dem Vertrag vor dem Krieg vorgesehen war. Aber die Russen waren ja inzwischen abgeschreckt worden durch den bulgarischen Vormarsch auf Konstantinopel. Jedenfalls beschloss der bulgarische Zar mit dem Militär einen Überraschungsangriff sowohl auf Serbien als auch auf Griechenland, der dann am 29. Juni 1913 erfolgte. Das war der Beginn des zweiten Balkankriegs. Allerdings hatten sich die Bulgaren verrechnet. Sie unterlagen nicht nur gegen die serbische und die griechische Armee, sondern handelten sich auch noch Kriegserklärungen von ihren anderen Nachbarn ein. Die Türken ergriffen sofort die Gelegenheit und eroberten Teile des Gebiets zurück, das sie im ersten Balkankrieg verloren hatten. Und Rumänien eroberte die südliche Dobrutscha, das gestreifte Gebiet rechts oben. Also wenn man sich die Konstellation in den Balkankriegen merken will, dann kann man sagen, im ersten Balkankrieg alle gegen die Türken und im zweiten Balkankrieg alle gegen Bulgarien. Herr Jordanow hat mir gerade noch gesagt, dass es wieder so ein bulgarisches nationales Traum war. Ich kann es ihm hier leider nicht ersparen, darauf einzugehen. Unter diesen Umständen musste sich Bulgarien natürlich nach kurzer Zeit geschlagen geben und es kam zu Friedensverhandlungen in Bukarest, bei denen im August 1913 Folgendes rauskam. Bulgarien bekam nur noch einen kleinen Teil von Makedonien, dafür bekam Serbien und Griechenland mehr. Serbien bekam außerdem noch das Gebiet, durch das es bisher von Montenegro getrennt war, den sogenannten Sanschak von Novi Pazar, sodass es nun eine gemeinsame Grenze mit Montenegro hatte. Das hat die Österreicher auch gestört, weil Serbien unter anderem, weil Serbien auf diese Weise jetzt doch Zugang zum Meer hatte. Allerdings ist die Gegend sehr gebirgig und da Waren ans Meer zu bringen oder ins Inland zu transportieren, war nicht so einfach. Rumänien bekam die südliche Dobrutscha, hier habe ich es jetzt mal mit dem Pfeil angezeigt. Und mit dem Osmanischen Reich gab es noch einen Extravertrag in Konstantinopel, danach bekam das Osmanische Reich wieder ganz Osttrakien. Das entspricht im Wesentlichen der heutigen europäischen Türkei. Bulgarien behielt allerdings auf Intervention Russlands Westtrakien und hatte damit einen Zugang zur Ägäis. Konnte also die Meerengen mit Schiffen umgehen. Trotzdem galten diese Regelungen in Bulgarien als nationale Katastrophe. Außerdem war nun natürlich auch noch das Verhältnis zwischen Bulgarien und Russland zerrüttet. Die Bulgarien hatten das Gefühl, dass die Russen sie gegen ihre Gegner im Stich gelassen hatten. Und um die verlorenen Gebiete zurückzubekommen, verbündeten sie sich später im Ersten Weltkrieg mit Deutschland und Österreich gegen Russland. Das können Sie sich jetzt schon mal merken. Dagegen war Russland nun eindeutig zum Verbündeten von Serbien geworden und zwar auf dem Balkan fast zum einzigen Verbündeten. Denn Serbiens große Nachbarn waren ja mit Serbien verfeindet. Österreich, Ungarn, Albanien und Bulgarien. Griechenland zählte wenig. Immerhin kam noch Frankreich als Verbündeter Russlands hinzu. So, nun haben wir endlich auf dem Balkan die Grenzen, wie sie auch beim Ausbruch des Ersten Weltkriegs waren und wie es sie schon in der ersten Vorlesung gezeigt hatte. Aber nun wissen sie auch, warum diese Grenzen so verliefen. Und nun können sie im Folgenden verstehen, warum der Erste Weltkrieg auf dem Balkan ausbrach und warum er dort so verlief, wie er verlief. Es bleibt uns jetzt nur noch eine kleine Krise vor dem Krieg übrig. Das ist die Liman-von-Sanders-Krise. Die hat aber keine Grenzen verändert. Also, nachdem die Türken im Ersten Balkankrieg diese schwere Niederlage erlitten hatten, wollten sie ihre Armee reformieren. Und zwar mit ausländischer Hilfe. Für die Flotte holten sie sich Experten aus England und für das Landheer aus Deutschland. Das war eine Militärmission unter dem Kommando des Oberleutnants Otto Lehmann von Sanders. Hier sehen wir die vor der Abreise. Die kam im Dezember 1913 nach Konstantinopel und Liman von Sanders übernahm da selbst das Kommando über das erste türkische Armeekorps. Das sollte nun zuallererst nach preußischem Vorbild geschult und zu einer Mustereinheit gedrillt werden. Da kam aber ein gewaltiger Protest aus Russland. In Russland wurde das nämlich so verstanden, dass nun die Deutschen die Kontrolle über die türkischen Meerengen übernehmen, weil dieses erste Armeekorps ja gerade in Konstantinopel stationiert war. Die Deutschen gaben schließlich nach. Liman von Sanders wurde vom Kaiser zum General befördert und konnte auf diese Weise Generalinspektör der Osmanischen Armee werden. Also eigentlich ein höherer Posten. Aber damit gab er zugleich das Kommando über dieses Armeekorps wieder an einen Türken ab. So wurde das also ausgebügelt. Und diese Affäre zeigte noch einmal, wie groß die Spannungen zwischen den Militärblöcken der Großmächte inzwischen waren. Denn gleichzeitig wurde die türkische Flotte von einem englischen Admiral kommandiert und die Engländer bauten Kriegsschiffe für das Osmanische Reich und dagegen hatten die Russen nichts einzuwenden, weil sie mit England ja verbündet war. Ja, jetzt verstehen Sie wohl auch besser diese Karikatur, die ich Ihnen in der ersten Vorlesung gezeigt hatte. Die erschien noch kurz vor Beginn des ersten Balkankriegs. Aber man sieht hier schon das Bewusstsein, dass die Konflikte auf dem Balkan sich ausweiten könnten zu einem Konflikt zwischen den europäischen Großmächten. Obwohl, und ich meine, das ist hier bemerkenswert, obwohl das eigentlich keine dieser Großmächte will. Denn Sie sehen, Sie sitzen alle auf diesem Deckel und versuchen sein Überkochen zu verhindern. Als der Erste Weltkrieg dann ausgebrochen war und vor allem danach hat man ja intensiv nach Schuldigen gesucht, die den Krieg von vornherein gewollt hätten und die deswegen für alle seine fürchterlichen Folgen verantwortlich seien. Und Sie sehen hier ein Beispiel dafür, dass man das vor dem Krieg eher nicht so gesehen hat. So, und damit können wir uns nun endlich der unmittelbaren Ursache des Ersten Weltkriegs zuwenden, dem Attentat von Sarajevo. Beziehungsweise erstmal seinen kurzfristigen Ursachen, nachdem wir die langfristigen Ursachen nun abgehandelt haben. Serbien war also nun der größte Gewinner der Balkankriege. Es hatte sein Territorium fast verdoppelt, stand allerdings auch in einer Menge Konflikte. Nach dem Kleinkrieg, neben dem Kleinkrieg, in den Grenzgebieten. Zu Albanien gab es auch noch Aufstände in Makedonien. In Makedonien gab es pro-bulgarische Kräfte und es gab andere Makedonier, die nicht zu Serbien gehören wollten. Und es gab natürlich für Serbien den Konflikt mit Österreich-Ungarn um die serbische Irredenta in Bosnien, Kroatien und Dalmatien. Und genau der sollte nun das Attentat von Sarajevo und damit den Ersten Weltkrieg auslösen. Sie wissen wahrscheinlich, dass die Frage, wie der Erste Weltkrieg begonnen hat, ob da jemand dran schuld ist und wenn ja, wer von Anfang an unter den Historikern heiß umstritten war. Und nicht nur unter ihnen. Das hundertjährige Jubiläum von 2014 hat da ja nochmal einen Schub gebracht. In Bezug auf das Attentat ist vor allem die Frage, inwieweit der Staat Serbien dafür die Verantwortung trug. Denn das behaupteten danach die Österreicher und deshalb erklärten sie Serbien den Krieg. Es ist ziemlich klar und unumstritten, dass der serbische Geheimdienst das Attentat geplant hatte. Die Frage ist aber, ob und inwieweit die serbische Regierung davon wusste und ob sie das belichte. Hier haben wir den obersten Dragutin Dimitrijevic, genannt Apis, nach dem Stier aus der altegyptischen Mythologie, weil er so ein bulliger Typ war. Der war 1914 der Chef des serbischen militärischen Geheimdienstes. Er war schon führend an der Ermordung des Königs Alexander 1903 beteiligt gewesen und nun war er neben seiner Tätigkeit als Geheimdienstchef auch noch ein führendes Mitglied der geheimen Organisation, die schwarze Hand. Das war eine Organisation von serbischen Offizieren, die aber keinen offiziell staatlichen Charakter hatte und die sich zum Ziel gesetzt hatte, die österreichisch-ungarischen Gebiete, in denen Serben lebten, an Serbien anzuschließen, gegebenenfalls auch mit Gewalt. Hier haben wir das Logo der schwarzen Hand, wo diese Absicht klar zum Ausdruck kommt. Der Chef des offiziellen serbischen Geheimdienst war also gleichzeitig Mitglied in dieser Terrororganisation im Untergrund und das zeigt die innere Machtstruktur in Serbien in dieser Zeit. Die Regierung hatte keine richtige Kontrolle über ihr Militär und die Offiziere waren radikaler und mehr zu gewaltsamen Lösungen geneigt. Zumindest dieses Letztere war in dieser Zeit auch in manchen anderen Staaten so, da kommen wir noch zu. Nun erfuhr im Frühjahr 1914 die Führung der schwarzen Hand, dass der Thronfolger von Österreich-Ungarn, der Erzherzog Franz Ferdinand, nach Bosnien kommen wollte, um dort Manöver zu besuchen. Und da kam die Idee auf, ihn bei dieser Gelegenheit zu ermorden, beziehungsweise ermorden zu lassen. Denn Woja Tankosic, den Sie da rechts neben Apis liegen sehen, warb dafür ein paar junge Leute an, die gar nicht Mitglied der schwarzen Hand waren. Das waren drei junge Männer serbischer Abstammung aus Bosnien, die nach Belgrad gekommen waren. Das war die serbische Hauptstadt. Und da kamen sie in Kontakt mit serbischen nationalistischen kreisen und kamen zu der Überzeugung, ihre Heimat würde von den Österreichern unterdrückt und sie müssten sie befreien. Gavrilo Princip, den Namen kennen Sie, das war dann ja der Hauptattentäter in Sarajevo, der hatte sich sogar schon 1912 als Freiwilliger für den ersten Balkankrieg gemeldet, war aber abgelehnt worden und zwar von Tankosic persönlich, weil er zu klein war. Aber für das Attentat wurde er jetzt als tauglich befunden. Die drei bekamen von einem serbischen Geheimdienstmann Unterricht im Schießen in einem Park in Belgrad. Sie ließen sich auch zusammen fotografieren, wie Sie sehen. Und sie wurden schließlich mit Pistolen und Bomben ausgerüstet und vom Geheimdienst über die Grenze nach Bosnien gebracht. Da kamen noch einige bosnische Serben dazu und die verteilten sich dann am 28. Juni 1914 an verschiedenen Stellen in der Innenstadt von Sarajevo, wo die Autokolonne des Thronfolgers vorbeikommen sollte. Man rechnete also damit, dass ein einzelner Attentatsversuch nicht gelingen würde und plante von vornherein mehrere ein. Jetzt müssen wir uns erstmal mit der Perspektive des Attentatsopfers befassen. Franz Ferdinand kam damals nach Bosnien, weil dort Manöver der österreichisch-ungarischen Armee stattfanden. Man fühlte sich ja gerade in Bosnien von den Serben bedroht und da wollte man vor Ort Flagge zeigen. Der Kaiser Franz Josef hatte früher selbst oft solche Manöver besucht, aber jetzt war er über 80 und da war es sinnvoll, wenn der Thronfolger solche Aufgaben übernahm. Franz Ferdinand kam nach Sarajevo direkt von seinem Schloss Konopischt in Böhmen. Da hatte er sich mit dem deutschen Kaiser Wilhelm II. getroffen. Die beiden verstanden sich sehr gut. Sie kamen aus der gleichen Generation. Sie sind öfters miteinander zur Jagd gegangen und außerdem, wie Sie sehen, trugen sie auch denselben Bart. Diese Bartform war damals allerdings allgemein in Mode. Auch Hitler hat vor dem Ersten Weltkrieg einen solchen Bart getragen. Es ist nicht so ganz klar, inwieweit Franz Ferdinand etwas von der Gefahr ahnte, die ihm in Sarajevo drohte. Es war nicht der erste serbische Attentatsversuch in Bosnien, aber Kaiser Franz Josef war 1910 auch schon in Sarajevo gewesen und hatte das heil überstanden. Es heißt auch, dass der serbische Ministerpräsident Nikola Pajic von dem Mordplan gewusst hätte und dass er in Wien eine Warnung hätte aussprechen lassen, aber sehr diskret. Christopher Clark schreibt da von einem Dilemma, wenn Pajic die Österreicher warnte, wäre er von der schwarzen Hand als Verräter angesehen worden und vielleicht auch noch von anderen Leuten in Serbien. Andererseits hätte er mit einer Warnung den Österreichern kundgetan, dass die serbische Regierung von dem Attentatsplan wusste und dass sie ihn nicht verhindern konnte oder nicht verhindern wollte. Pajic selbst hat später immer bestritten, dass er davon wusste. Aber das lief eben darauf hinaus, dass die serbische Regierung ihren eigenen Geheimdienst nicht unter Kontrolle hatte. Sicher ist jedenfalls, dass die österreichischen Behörden keine besondere Gefahr sahen. Das wird ihnen von manchen Historikern vorgeworfen, auch von Herrn Leonard, der ja zum Ersten Weltkrieg das dicke Buch geschrieben hat. Sie planten für die Zeit der Manöver einen offiziellen Besuch des Thronfolgerpaars in Sarajevo. Sie ließen Franz Ferdinand im offenen Wagen durch die Stadt fahren und sie gaben vorher die Fahrtroute öffentlich bekannt. Vermutlich ging es auch darum, dass viele Zuschauer kommen und ihm zujubeln sollten und dass auf diese Weise die Anhänglichkeit der Bosnien an die Monarchie gezeigt werden sollte, was dann auch durchaus der Fall war. Die Wagenkolonne mit dem Erzherzog und seiner Frau fuhr also zum Rathaus nach Sarajevo und tatsächlich trauten sich mehrere Attentäter an der Strecke nicht zu schießen oder ihre Bombe zu werfen. Dann tat es aber einer mit Namen Nedeliko Chabrinovic, der warf seine Bombe auf den Wagen des Erzherzogs. Nur prallte diese Bombe am Wagen ab, kullerte weiter, explodierte vor dem nachfolgenden Wagen und da wurden zwei Leute aus der Begleitung verletzt. Einer wurde ins Krankenhaus gebracht, aber der Erzherzog befahl, die Fahrt fortzusetzen und man kam also zum Rathaus und wurde da vom Bürgermeister empfangen. Anschließend sollte es weitergehen zum Bosnisch-Herzogowinischen Landesmuseum. Dieses Foto ist sehr bekannt, da kommen sie aus dem Rathaus wieder raus. Die Honoration von Sarajevo stehen spalier. Jetzt hatte Franz Ferdinand aber angeordnet, dass man noch einen Abstecher machen sollte zu dem Krankenhaus, in dem der Oberstleutnant Merizzi lag, der vorher bei dem Bombenanschlag verletzt worden war. Nur waren darüber die Fahrer nicht instruiert worden und die bogen nun an einer Stelle rechts ab, wo man hätte geradeaus weiterfahren müssen. Das wurde dann gleich bemerkt und es wurde ein Wendemanöver eingeleitet, das aber natürlich bei einer Kolonne von mehreren Wagen nicht ganz einfach war und seine Zeit dauerte. Also Sie sehen da den toten Kopf, links unten der gelbe Stern, das ist das Bombenattentat von der Hinfahrt. Ja, die Wagenkolonne hielt an, versuchte zu wenden und genau an dieser Stelle saß zufällig Gavrilo Princip in dem Delikatessengeschäft Schiller am Fenster und trank einen Kaffee. Er hatte nämlich schon die Hoffnung aufgegeben, dass er noch Gelegenheit zu einem Anschlag bekommen könnte. Und jetzt ging er nach draußen, zog seine Pistole und schoss zweimal. Davon gibt es kein Foto, nur Zeichnungen. Ich glaube, diese hier gibt es am besten wieder, obwohl der Zeichner auch nicht vor Ort war. Der erste Schuss traf die Fahrzeugwand, durchschlug die aber und traf die Erzherzogin Sophie in den Unterleib, die daraufhin sehr schnell innerlich verblutete. Der zweite Schuss traf Franz Ferdinand am Hals und zerriss die Halsschlagader. Der Thronfolger verlor das Bewusstsein. Man fuhr mit ihm noch zur Residenz des österreichischen Stadthaltes in Bosnien, der mit ihm in dem Auto gesessen hatte. Und dort starb er. Der Attentäter Princip wurde von der Menge festgehalten, die ihn fast gelüncht hätte. Aber dann wurde er doch von Gendarmen abgeführt. In der Stadt Sarajevo kam es danach zu Krawallen, die sich gegen die Serben in der Stadt richteten. Es wurde Eigentum von Serben angegriffen und geplündert. Also man sieht bei weitem nicht alle in Bosnien, hatten Sympathien mit der serbischen Sache. Und natürlich war es eine große Schlagzeile in den Zeitungen, nicht nur in Österreich und Ungarn, sondern in ganz Europa. Aber ansonsten wird berichtet, dass das Attentat in der Bevölkerung gar keine so große Trauer auslöste. Es gibt eine Stelle bei Stefan Zweig in dessen Memoiren, wo er berichtet, wie er die Nachricht von dem Attentat bekam. Er war damals im Kurort Baden bei Wien und saß im Kurpark und las ein Buch. Und da merkte er plötzlich, dass die Kurkapelle hinter den Bäumen abrupt zu spielen aufhörte. Er ging hin zu dem Musikpavillon und stellte fest, dass da eine Mitteilung angebracht war mit der Information von dem Attentat. Und dann geht die Stelle folgendermaßen weiter. Immer mehr Menschen scharrten sich um diesen Anschlag. Einer sagte dem anderen die unerwartete Nachricht weiter. Aber um der Wahrheit Ehre zu geben, keine sonderliche Erschütterung oder Erbitterung war von den Gesichtern abzulesen. Denn der Thronfolger war keineswegs beliebt gewesen. Franz Ferdinand fehlte gerade das, was in Österreich für eine rechte Popularität unermesslich wichtig war. Persönliche Liebenswürdigkeit, menschlicher Charme und Umgänglichkeit der Form. Ich hatte ihn oftmals im Theater beobachtet. Da saß er in seiner Loge, mächtig und breit, mit kalten, starren Augen, ohne einen einzigen freundlichen Blick auf das Publikum zu richten oder die Künstler durch herzlichen Beifall zu ermutigen. Nie sah man ihn lächeln. Keine Fotografie zeigte ihn in aufgelockerter Haltung. Er hatte keinen Sinn für Musik, keinen Sinn für Humor und ebenso unfreundlich blickte seine Frau. Um diese beiden stand eine eisige Luft. Man wusste, dass sie keine Freunde hatten, wusste, dass der alte Kaiser ihn von Herzen hasste, weil er seine Thronfolger ungeduld, zur Herrschaft zu kommen, nicht taktvoll zu verbergen, verstand. Mein fast mystisches Vorgefühl, dass von diesem Mann mit dem Bulldog-Nacken und den starren, kalten Augen irgendein Unglück ausgehen würde, war also durchaus kein Persönliches, sondern weit in der ganzen Nation verbreitet. Die Nachricht von seiner Ermordung erregte deshalb keine tiefe Anteilnahme. Zwei Stunden später konnte man kein Anzeichen wirklicher Trauer mehr bemerken. Es gab viele an diesem Tag in Österreich, die im Stillen heimlich aufatmeten, dass diese Erbe des alten Kaisers zugunsten des ungleich beliebteren jungen Erzherzogs Karl erledigt war. Also der Erzherzog Karl war jetzt der Nächste in der Thronfolge. Mit dem werden wir noch ausführlich zu tun bekommen. Aber es gab nicht nur persönliche, sondern auch politische Vorbehalte gegen Franz Ferdinand. Er hatte sich als Thronfolger natürlich Gedanken gemacht, wie er mit den Problemen der Monarchie umgehen würde. Eine Idee war eine Föderalisierung der ganzen Monarchie. Am Anfang des Jahrhunderts hatte er um sich einen Kreis von Intellektuellen, in dem die Idee von Vereinigten Staaten von Großösterreich ventiliert wurde. Da stellte man sich vor, dass unter solchen Umständen größere Gleichberechtigung unter den Nationalitäten herrschen würde und dass das die Spannung zwischen ihnen abbauen würde. Aber größere Gleichberechtigung gefiel natürlich vielen Österreichern und Ungarn weniger, denn die waren ja bis dahin die Privilegierten. Franz Ferdinand hatte aber auch Sympathien für einen Trialismus, also eine Konzeption aus der Doppelmonarchie eine Dreifachmonarchie zu machen. Und zwar sollte es neben Österreich und Ungarn noch ein südslawisches Königreich geben, bestehend aus Kroatien, Dalmatien und Bosnien-Herzegowina. Das gefiel aber erstmal den Ungarn nicht, die dann Kroatien hätten abgeben müssen. Und es gefiel auch den Serben nicht, weil dazu dann auch die bosnischen Serben gehört hätten und damit die Vereinigung aller Serben in einem Staat in noch weitere Ferne gerückt wäre. In diesem Sinne sagten dann auch die Attentäter bei ihren Vernehmungen aus. Franz Ferdinand sei ein besonderer Feind der Serben gewesen und sie hätten einen Tyrannen ermordet. Die Attentäter waren alle bis auf einen verhaftet worden. Durch den ersten Attentatsversuch mit der Bombe, der missglückt war, war ja schon klar, dass es mehrere Attentäter waren. Und man kam ihnen nach und nach auf die Spur. Hier haben wir ein Bild vom Prozess gegen sie. Einige wurden zum Tode verurteilt, aber Princip und mehrere andere nicht, weil sie noch minderjährig waren. Die bekamen alle nur Haftstrafen. Einer von ihnen kam übrigens nach dem Krieg frei und studierte dann Geschichte. Er wurde in Belgrad Professor mit extrem nationalistischen Ansichten und nach dem Zweiten Weltkrieg noch unter Tito Minister für Forstwirtschaft. Er ist erst 1990 gestorben. Der eigentliche Attentäterprincip war zum Tatzeitpunkt 19 Jahre alt und er wurde zu 20 Jahren schwerem Kerker verurteilt und saß dann in Isolationshaft in der Festung Theresienstadt in Böhmen, dem späteren Konzentrationslager im Zweiten Weltkrieg. Da starb er im April 1918 an Knochen-Tuberkulose, an der er wahrscheinlich schon erkrankt war, als er das Attentat verübte. Ich habe es versucht rauszukriegen, aber ich muss sagen, ich weiß immer noch nicht, ob er in dieser Isolation jemals erfahren hat, dass sein Attentat den Ersten Weltkrieg ausgelöst hatte. Ja, und wie das ablief, darum muss es jetzt gehen. Die österreichischen Ermittler bekamen bei den Verhören bald raus, dass hinter dem Attentat eine größere Verschwörung stand, die ihren Ausgang in Serbien hatte. Die Einzelheiten wurden ihm aber nicht klar und die serbische Regierung bestritt, dass sie mit der Sache was zu tun hätte. Das bedeutete, dass sich die Regierung von Österreich-Ungarn nun überlegen musste, wie sie mit dieser Situation umgeht, wie sie darauf reagiert. Und damit begann die berühmte Juli-Krise, die zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs führte. Und mit der fangen wir dann beim nächsten Mal an. Das war es also für heute. Wenn es noch Fragen gibt, melden Sie sich. Wie ist denn die Rezeption dieses Attentates im heutigen Sarajevo? Also ich habe mal gelesen, dass es in Jugoslawien da ein Denkmal gab mit so zwei Fußabdrücken, wo irgendwie stand der Startschuss für Jugoslawien. Aber wie ist es im heutigen Bosnien-Herzegowina? Ja, also die Erinnerungskultur zum Attentat von Sarajevo hat tatsächlich in dem Wikipedia-Artikel einen eigenen Abschnitt. Ich kann Ihnen das verlinken oder gucken Sie, wenn ich Ihnen das verlinke, da unten mal rein. Ich bin jetzt nicht der größte Experte dafür, aber so viel kann ich sagen. 1917 haben die Österreicher erst mal ein großes Denkmal aufgestellt in Sarajevo an dieser Stelle. Das Denkmal stand aber nur ein Jahr, dann war der Krieg zu Ende und an dieser Stelle wurde der Staat Jugoslawien gegründet, der das sofort entfernt hat. Es ist dann tatsächlich so gewesen, dass in der kommunistischen Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg man da eine größere Gedenktafel angebracht hatte, wo dann auch stand, der Princip hätte die Freiheit gebracht und da waren zwei Fußabdrücke im Straßenpflaster zu sehen, wo er stand, als er die Schüsse abgab. Also in Jugoslawien ist der Princip glorifiziert worden und in Serbien wird er das heute noch. Das ist also jetzt so ein gewisses Problem. Die damalige serbische Regierung hat das Attentat offiziell verurteilt und der österreichischen Regierung ihr Beileid ausgesprochen und hat gesagt, sie hätte damit nichts zu tun. Und dann kommt diese Gedenkkultur. Man kann unter Umständen, wenn man sich Filme bei YouTube anschaut über das Attentat, unten die Kommentare lesen. Da melden sich immer so ein paar Serben, die sagen, Gavilo Princip ist der größte Held des 20. Jahrhunderts und solche Sachen. Nur richtig, Sarajevo liegt heute eben nicht mehr in Serbien, sondern in Bosnien-Herzegowina und da ist mittlerweile eine Gedenktafel, die auf, die andere Sprache weiß ich gar nicht genau, ob das jetzt serbo-kroatisch ist vermutlich, und auf Englisch einfach nur besagt, dass an dieser Stelle 1914 der Princip geschossen hat, ohne irgendeine Wertung da vorzunehmen. Es heißt aber, man würde tatsächlich in Bosnien-Herzegowina überlegen, ob man das ursprüngliche österreichische Denkmal von 1917, von dem wir noch ein paar Teile da sind, wieder aufstellt. Ob das dann lange stehen würde oder nicht sehr schnell von serbischen Terroristen in die Luft gejagt würde, das können Sie sich überlegen. Und ja, Historiker sollten keine Zukunftsvorhersagen machen. Also erstens Nachfrage dazu, was war denn, also was zeigt denn denn dieses Denkmal? Das Denkmal, ich kann ein Foto in Ilias aufnehmen, das war sehr hoch, zwei Säulen mit zwei Gestalten vom Erzherzog und seiner Frau und unten mit einer Aufforderung, man möge für sie beten. So viel habe ich noch behalten. Ansonsten verweise ich auf Ilias. Und zweitens, wie schätzen Sie das denn heute an? Ich meine, diese Balkanländer, die können sich ja bis heute allen nicht so wirklich leiden. Und da gibt es ja auch immer wieder Spannungen. Wie ist denn das zu vergleichen mit der Lage von vor 1914? Ja, wir könnten so viel sagen, dass viele der Konflikte, die es damals gab, sich gehalten haben. Also es gab eben, da werden wir noch zu kommen, nach dem Ersten Weltkrieg, den Staat Jugoslawien, in dem sich mehrere dieser Völker zusammenfanden. Slowenen, Serben, Kroaten, Montenegriner und ein Teil der Makedonen. Und das hat in der Zwischenkriegszeit schlecht und recht funktioniert. Und nach dem Zweiten Weltkrieg unter dem ziemlich eisernen Knut von Tito auch noch mehrere Jahrzehnte. Und als dann Tito starb, fiel es langsam auseinander. Also man kann in gewisser Weise sagen, das, was in den 90er Jahren passiert ist, ist eine Fortsetzung dessen gewesen, was an Konflikten nach dem Ersten Weltkrieg und nach dem Zweiten Weltkrieg immer noch gewaltsam unterdrückt worden ist. Und wie es weitergehen wird? Ja, am ehesten wird man wahrscheinlich auf die EU hoffen können. Die hat schon manchen Konflikt entschärft und vielleicht kann sie es in Zukunft immer noch. Gut, wenn keine weiteren Fragen sind. Ich habe eine kleine Frage. Also können wir heutzutage zu 100% sicher sein, dass die serbische Regierung nichts mit dem Attentat in Sarajevo zu tun hatte? Oder ist es irgendwas Neues in der Zwischenzeit aufgetaucht? Das ist in der Literatur umstritten. Also Christopher Clarke hält es für wahrscheinlich, hat aber keine Beweise. Ich habe aber auch den Artikel gelesen von einer serbischen Historikerin, die dem vehement widerspricht. Es gibt andererseits auch in der serbischen Literatur diese Aussage, dass der Pajic, der Ministerpräsident, die Österreicher gewarnt hätte. Das zielt natürlich darauf ab. Die Österreicher waren selbst schuld. Sie sind ja gewarnt worden und hätten den da nicht hinschicken müssen. Aber wenn das stimmt, würde es eben bedeuten, der Ministerpräsident wusste, dass es solche Pläne gab. In den Einzelheiten hat das bestimmt nicht gewusst. Und das war sicher auch gut. Und ansonsten wird darüber in der Literatur weiter diskutiert. Also wer darüber mehr wissen will, den kann ich nur darauf verweisen, sich da intensiver einzulesen. Dem wird der Lesestoff nicht ausgehen. Okay, dann machen wir Schluss für heute. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche und nächste Woche geht es dann los.